Einen wunderschönen guten Morgen meine Outdoor und Wanderfreunde und herzlich willkommen zu diesem Mammutmarsch Tutorial Video. Grund für dieses Video ist der anstehende Mammutmarsch in Berlin Ende Mai. Mein erster Mammutmarsch war letztes Jahr in Wuppertal gewesen und da habe ich dann richtig Blut geleckt und mich direkt schon für zwei weitere Mammutmarsche in diesem Jahr angemeldet. Etwas verwundert war ich allerdings über die teils merkwürdigen Fragen, die in der entsprechenden Facebook-Gruppe damals zu diesem Marsch gestellt wurden. Das waren nur so Sachen wie brauche ich eine Taschenlampe, was mache ich, wenn ich nicht mehr laufen kann, wie viel paar Socken nehmt ihr mit. Ja und da muss ich gestehen, habe ich teilweise wirklich am Verstand der Fragesteller gezweifelt, habe dann aber schnell festgestellt, dass sich solche Fragen immer wieder wiederholen und auch in diesem Jahr immer wieder gestellt werden. Ja und da denke ich mittlerweile, dass es doch für die Fragesteller essentiell wichtige Fragen sind, ohne deren Beantwortung sie vor einem Problem stehen. Solcher Fragen möchte ich mich in diesem Video widmen und darüber hinaus auch einen etwas umfassenderen Einblick zum Thema Extremwandern geben. Ja dazu habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ich dieses Video sinnvoll strukturieren könnte. Kam dann insgesamt auf sechs Punkte, die ich ansprechen möchte. Der erste Punkt wäre, warum Ultrawandern? Zweiter Punkt ist das Thema Schuhe. Dann kommen wir auch schon zum Thema Trainieren für den Marsch. Gehen dann nahtlos über zum Thema vor dem Marsch. Gefolgt zum Thema während dem Marsch und zum Abschluss dann, was machen wir nach dem Marsch. Ja und vorweg noch, alles was ich in diesem Video sage, beruht natürlich auf meiner persönlichen Erfahrung und meinen persönlichen Erlebnissen. Und wenn ich mal sagen sollte, ja ihr werdet dann merken oder sowas. Das bedeutet, dass ich das gemerkt habe und ihr das vermutlich auch merken werdet. Das aber nicht bedeuten muss, dass ihr das auch so empfinden müsst und so machen müsst, wie ich es gemacht habe. Ich kann halt in diesem Video nur, wie gesagt, von mir sprechen und euch meine Erfahrung mit auf den Weg geben. Ja und dann würde ich sagen, legen wir auch sofort los. Warum also Ultrawandern? Reicht es nicht, dass man sonntags mal zehn Kilometer durchs Grüne spaziert oder so? Nein, ich denke, das reicht nicht. Und das liegt in der Natur des Menschen, denke ich, sich ständig steigern zu wollen, wenn er an etwas gefallen gefunden hat. Ja, so auch bei mir. Mein Wandern liegt ja in meinem damaligen Übergewicht begründet, wie viele von euch vielleicht wissen. Ich hatte damals 125 Kilogramm gehabt und da ich als absoluter Sportmuffel keine andere Möglichkeit sah, dieses Übergewicht in den Griff zu kriegen als mit Laufen, habe ich mich da auch sehr schnell weiterentwickelt und extrem gesteigert. Ja und es ist halt eine sehr schöne Sache, wenn man sieht, dass man sich da weiterentwickeln kann und das immer noch Puffer nach oben ist. Das möchte man natürlich ausreizen und gerade mit so einer Veranstaltung wie dem Mammutmarsch, finde ich, kann man das sehr gut machen, auch wenn da jetzt der Wettbewerb nicht im Fokus steht, sondern einzig überhaupt ins Ziel zu kommen, da im Vordergrund steht, weil das ist auch schon eine sehr stramme Leistung, wie ich finde. Aber trotzdem unterbewusst misst man sich doch immer mit anderen, schaut, wie schnell laufen die, wie machen die das, wie gut überstehen die das und das macht dann halt auch, ja daran kann man eben halt auch wachsen, dass man sieht, oh ich bin doch einen Ticken besser als der, vielleicht kann ich den auch noch ein bisschen übertrumpfen. Es macht Spaß, ja es macht einfach Spaß, sich da auch mit anderen Leuten auszutauschen über deren Erfahrung und ja deswegen finde ich gut, dass es solche Veranstaltungen gibt und damit kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Punkt. Ihr habt euch also entschieden am Mammutmarsch teilzunehmen, das ist eine sehr gute Entscheidung, Daumen hoch dafür. Ja und da stellt sich natürlich auch sehr schnell die Frage, in welchem Schuh man eine solche Laufveranstaltung gut bewältigen kann. Ich habe letztes Jahr beim Mammutmarsch in Wuppertal tatsächlich Leute gesehen, die in schweren Bundeswehrstiefeln am Start standen, also das halte ich definitiv für die falsche Wahl des Schuhwerkes. Ich empfehle immer einen extrem leichten Laufschuh. Es gibt auch leichte Wanderschuhe, da muss halt jeder für sich selber sehen, wo er mit klarkommt. Aber der Schuh sollte auf jeden Fall eine schöne dicke Sohle haben, dass die Stoßenergie beim Laufen, ja gerade auf Asphalt, dass die möglichst abgedämpft wird und dann nicht zu viel Energie eben auf euer Skelett übertragen wird. Gleichzeitig sollte die Sohle aber nicht zu dick sein, weil sonst die Walkarbeit beim Laufen zu groß werden könnte und zu viel Energie in der Sohle in Wärme umgewandelt wird, was eben das Laufen um ein Vielfaches anstrengender machen kann. Hingegen im Ballenbereich, wo der Schuh eben abrollt, da sollte die Sohle um einiges weicher sein, wiederum aber auch nicht zu weich, weil der Schuh soll euch ja beim Abrollen auch noch unterstützen können. Also ihr seht schon, das ist wirklich eine Gratwanderung, die man da so bei der Sohle gerade hat. Ich kann da speziell den Brooks Ghost 11 empfehlen. Ja, das ist ein Schuh, ich habe mich so gefreut, dass ich den gefunden habe. Das ist nämlich ein Modell, den kann ich blind kaufen und weiß, der Schuh passt. Aber das hat wirklich jahrelang gedauert, bis ich dieses Modell gefunden habe. Muss bei euch natürlich auch nicht so sein, dass ihr damit klarkommt. Ja, was hingegen aber, denke ich, allgemeingültig richtig ist, dass der Schuh hier oben im Zehenbereich keine Plastikverzierungen haben sollte, denn die können beim Laufen dafür sorgen, ja, wenn die beispielsweise falsch einknicken, dass die auf euren Zehen oben anfangen zu scheuern und dann könnt ihr euch auf den Zehen obendrauf Blasen laufen. Also da bitte unbedingt darauf achten. Des Weiteren sollte der Schuh eine gute Durchlüftung haben. Da hat auch der Brooks Ghost eine sehr gute Verarbeitung. Das ist so eine zweischichtige Membran, die beim Laufen wirklich merkt, dass da richtig Luftzirkulation im Fuß ist und damit kann man eben ein Schwitzen um einiges reduzieren. Das ist, finde ich, sehr angenehm. Ja, des Weiteren, wenn ihr euch einen solchen Schuh aber mal genauer anschaut und euch mal die Sohle herausnehmt, dann werdet ihr schnell feststellen, was da drin ist. Das ist wirklich ein schlechter Scherz für einen solch hochpreisigen Schuh. Ich denke, die Hersteller greifen da auf einen genormten DIN-Fuß zurück und entfertigen dementsprechend solche minderwertigen Mist-Einlagen an. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Die kann man auch nur in die Tonne kloppen. Nehme ich nachher natürlich mit. Ich lasse das nicht hier liegen, um Himmels Willen. Deswegen empfehle ich, auch wenn ihr gesunde Füße habt, lasst euch vom Orthopäden ein Rezept verschreiben. Geht in ein Orthopädie-Fachgeschäft und lasst euch da von dem Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Schuhmacher oder sind das auch Orthopäden? Ich weiß es gerade gar nicht. Lasst euch auf jeden Fall in einem Orthopädie-Fachgeschäft entsprechend eurer Füße persönliche Einlagen anfertigen. Das funktioniert so. Ihr stellt euch da in so ein Schaumstoffkissen rein mit beiden Füßen und dann werden die Füße abgedrückt und der Schuhmacher oder wie auch immer er heißt, kann euch dann entsprechend Sohlen anfertigen. Manche Geschäfte haben sogar eine digitale elektronische Vermessung. Was ist besser oder schlechter ist, kann ich nicht beurteilen. Ja und dann werdet ihr schnell feststellen, wenn ihr euch eine solche Sohle mal anschaut, die hat verschiedenartige Schaumstoffe, sind da verarbeitet, die verschieden stark federn und sich auch anders anfühlen. Die sind dann verklebt und hier beispielsweise, also ich habe Senk-, Spreiz- und Knickfüße. Entsprechend ist hier dieser Bereich, wo der Fuß nach oben gewölbt ist, der ist bei mir ziemlich stark ausgeprägt und hier in der Mitte zum Beispiel am Ballen ist ein ziemlicher Hubbel. Das hat sich beim ersten Mal Laufen damit ziemlich komisch angefühlt, aber ich möchte diese Einlagen nicht mehr missen. Lass mich da auch regelmäßig neue anfertigen und wenn ich da mal Schuhe trage mit den Standardeinlagen, da fühle ich mich richtig ja fast schon unsicher drin. Da ist überhaupt keine Stabilität, bietet diese Sohle und ja, kann ich nur wärmstens empfehlen, lasst euch Einlagen anfertigen. So, zum Schuhkauf selber, wenn ihr jetzt im Geschäft seid, kann ich nur empfehlen, den Schuh eben möglichst lange zu tragen und auch im Geschäft damit rumzulaufen und dann auch mit geschlossenen Augen mal in euch zu gehen und euch auf eure Füße zu konzentrieren und auf jede kleinste Druckstelle zu achten. Wenn ihr eine solche verspürt, sofort weg mit dem Schuh, probiert ein anderes Modell aus. Die kleinste Druckstelle kann bei einem solchen Marsch, 100 Kilometer wollen wir machen, kann da katastrophale Folgen haben bis hin zum Abbruch. Dass man einfach gezwungen ist, aufgrund massiver Blasenbildung den Lauf abbrechen zu müssen, das wäre sehr schade. Darüber hinaus machen gerade Anfänger den Fehler, sich erst kurz vor einer Laufveranstaltung neue Schuhe zu kaufen. Besser ist es, sich schon etwa acht bis zehn Wochen vor dem Starttermin neue Schuhe zu besorgen und sie vernünftig, das heißt etwa 150 bis 200 Kilometer einzulaufen. So gebt ihr dem Schuh und eurem Fuß genügend Zeit, sich aufeinander einzustellen, womit ihr einer Übermüdung der Fußmuskulatur und Blasenbildung vorbeugen könnt. Ja und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. So, wenn wir dann den richtigen Schuh für unser Vorhaben gefunden haben, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie man denn sinnvoll für einen solchen Mammutmarsch trainieren kann. Ja, für die einen ist da mit Sicherheit die Facebook-Gruppe eine gute Lösung, um sich da zu Laufgruppen zusammenzuschließen. Für mich persönlich ist das nichts, weil ich halt einfach eine sehr hohe Geschwindigkeit laufe, bis zu 7,2 Kilometer in der Stunde und ich habe halt keine Lust, mich den Geschwindigkeiten anderer Läufer anzupassen oder gar unterzuordnen. Für viele kann aber da das eine gute Hilfe sein, einen Pacemaker an ihrer Seite zu haben. Das sind halt Leute, die über lange Strecken hinweg eine konstante Geschwindigkeit laufen und an die kann man sich gerade als untrainierter Läufer gut dranhängen und sich dann von dem mitziehen lassen. Denn die Anwesenheit von so einem guten Läufer, das ist nicht zu unterschätzen, was das für einen positiven Einfluss haben kann. Da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Letztes Jahr beim Mammutmarsch, als ich den Thorsten kennengelernt habe, Grüße gehen raus, wir haben uns da gerade in den späteren Stadien richtig gegenseitig super motiviert. Der ist auch eine ähnliche hohe Geschwindigkeit gelaufen wie ich. Und allein die Anwesenheit des anderen, das hat sich gegenseitig so gut unterstützt, dass wir beide den Marsch sehr gut und schnell abschließen konnten. Worüber ich immer wieder überrascht bin, die Ansichten mancher Leute, die meinen, sich da mit dreimal 30 Kilometer genug vorbereitet zu haben und sich dann wundern, dass sie an den 100 Kilometer scheitern. Das ist verständlich und nicht verwunderlich. Also wirkliche Empfehlungen für Trainingsmärsche sind da schwierig auszusprechen. Ich würde da aber so empfehlen, mindestens dreimal 30, dann in zehn Kilometer Schritten das Ganze zu steigern, dann viermal 40, fünfmal 50, ein paar mal 60 und mindestens einmal 80 Kilometer zu laufen. Ich denke, wenn man das geschafft hat, dann kann man auch die 100 Kilometer gut schaffen, denn die letzten 20 sind wirklich nur noch Kopfsache. Und dann heißt es wirklich nur noch Zähne zusammenbeißen, Arsch zusammenkneifen und durchziehen. Wenn auch du am Mammutmarsch teilnehmen möchtest, aber vielleicht Angst hast, dies alleine zu tun, kann ich dich beruhigen. Viele Läufer gehen zunächst alleine an den Start, finden dann aber sehr schnell Anschluss, da man sich in einer großen Gruppe gleichgesinnter befindet. Auch ich ging letztes Jahr alleine an den Start und schon nach etwa einem Kilometer hatte ich mich mit Thorsten zusammengetan. Eine weitere Frage, auf die man oft in der Facebook-Gruppe stößt, ist die Frage nach dem, was man vor dem Marsch tun sollte. Also da gibt es natürlich auch keine allgemeingültige Empfehlung. Ich würde aber dazu raten, am Tag vor dem Marsch nur maximal zehn Kilometer zu laufen, vielleicht auch gar nicht zu laufen, Füße hoch, einfach ausspannen. Der letzte Trainingsmarsch, aber sollte dann, ja, sagen wir mal, der 80 Kilometer Trainingsmarsch sollte dann aber auch schon mindestens eine Woche zurückliegen, denn die Regenerationszeiten eures Körpers, die können teilweise mehrere Tage andauern. Man will natürlich auch mit frischer Energie an den Start gehen und deswegen da bitte vorher nicht übertreiben. Ja, eine weitere Sache, wo man sich auch Gedanken machen sollte, was man denn mitnimmt, da kann ich mal wieder so von der Facebook-Gruppe erzählen, was da für Schreckensmeldungen und Schreckensbilder manchmal reinkommen, wenn die Leute stolz zeigen, was sie alles mitnehmen. Also die haben dann 17 Meter Pflaster dabei, drei Salben, fünf Paar Socken, vier Unterhosen, zwei Pullis, eine Jacke für warm, eine Jacke für kalt, eine Hose für nass, eine Hose für trocken, Ersatzpaar Schuhe. Also ihr merkt schon, das ist einfach viel zu viel. Leute, nehmt am besten gar nichts mit. Jedes Gramm, was ihr mehr mit euch rumtragt, mindert die Chance, dass ihr auch ins Ziel kommt. Und ihr braucht auch nichts. Ihr braucht auch kein extra Buffet noch mitzuschleppen. Es gibt vier Verpflegungspunkte, an denen ihr wunderbar versorgt werdet mit Salzstangen, Bananen, Energieregeln. An ausgewählten Punkten gibt es dann auch zusätzlich warme Speisen, die ihr da käuflich erwerben könnt. Also es ist für Nahrung gesorgt. Bitte übertreibt es nicht. Haltet das Gepäck so minimalistisch wie möglich. Was aber wichtig ist, was ich für sehr wichtig halte, eben ein Trinksystem zu haben, nur mit so einem Schlauch, wo ihr dann während des Laufens problemlos trinken könnt. Weil ich persönlich finde nichts anstrengender, als wegen Trinken stehen bleiben zu müssen. Das kostet Zeit und auch Kraft, den Rucksack aus- und abzuziehen. Also Trinksystem halte ich für sehr wichtig. Was auch wichtig ist, ist natürlich eine Taschenlampe dabei zu haben, denn es ist ein 24-Stunden-Marsch. Da ist wahrscheinlich von auszugehen, dass man auch durch die Nacht läuft. Und ja, in manchen Waldgebieten ist es halt nachts sehr dunkel und da ist eine Taschenlampe sehr zu empfehlen. Ich würde da aber von einer Stirnleuchte abraten, weil mich persönlich stört das, das Ding immer auf dem Kopf zu haben. Das wackelt auch beim Laufen, also schwingt so ein bisschen mit. Mich stört das. Ich habe halt so eine kleine Handleuchte in der Hand und die kann man sich vielleicht auch hier am Rucksack festmachen. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten als Stirnleuchten. Und darüber hinaus halte ich es noch für sehr wichtig, dass man sich Magnesium- und Kaliumpräparate mitnimmt. Meine Faustformel sind da so, alle 10 Kilometer so eine halbe Tablette vonzunehmen. Es gibt auch solche Pulvertütchen, da ist das schon aufgelöst drin, auch mit Sportmineralien, also noch andere Sachen als Magnesium drin. Die, finde ich, halte ich für sehr sinnvoll. Ja, und nochmal gerade zurück zur Wahl der Kleidung oder zu dem, was man grundsätzlich mitnimmt. Nehmt das mit, was ihr am Körper habt. Ich meine, wir sind da die ganze Zeit in Bewegung. Groß frieren wird man wahrscheinlich nicht. Für die Nacht ist aber doch eine dünne Sweatshirtjacke oder ein Pulli doch zu empfehlen. Und ja, vielleicht einen Schirm auch dabei zu haben oder eine Regenjacke. Aber damit soll das auch genügen. Also das Gepäck sollte nicht schwerer als 5 Kilogramm sein. Damit ist man dann doch schon gut bestückt. Und man kann das Ziel doch sicher erreichen. So, wir haben also vernünftige Schuhe. Wir haben minimalistisches Marschgepäck und sind bestens auf den Marsch vorbereitet und stehen jetzt an der Startlinie. Leute, was soll ich sagen? Letztes Jahr in Wuppertal standen da am Start wirklich zwei Vögel. Die meinten, sich da noch schnell eine Zigarette anzuzünden. Also das fand ich eine Unverschämtheit. Ich meine, wir sind Sportler. Da hat Rauchen nichts, aber auch gar nichts verloren. Zumal der Rauch, der Zigarettenrauch dann auch durch die Leute zog. Das hat gestunken. Also ich fand das extrem unangenehm. Gut, ich reagiere da jetzt auch ein bisschen fast schon aggressiv drauf. Ich meine, liegt wahrscheinlich daran, ich war selber mal aktiver Sportraucher. Also ich habe richtig viel geraucht. Auch zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit bin ich mit Zigarette im Mund rumgelaufen. Wahrscheinlich deswegen reagiere ich da so gereizt drauf. Also Leute, vielleicht schafft ihr es auch, wenn ihr raucht, vielleicht am Tag des Marsches vielleicht mal darauf zu verzichten. Das fände ich eine richtig tolle Sache. Der Startschuss fällt. Ihr lauft voller Elan los und dann kann es auch schon passieren, dass ihr von den ersten Läufern überholt werdet oder dass ihr auch andere selber überholt. Lasst euch davon bitte, bitte nicht aus dem Konzept bringen. Haltet euch an das, was ihr in den Trainingsmärschen gemacht habt und lasst euch nicht davon beeindrucken, dass manche schneller sind oder versucht sogar ihn hinterher zu hechten, sodass ihr euch vielleicht überanstrengt und damit riskiert, nicht das Ziel zu erreichen. Während dem Marsch selber halte ich es dann für wichtig, auch immer mal wieder in sich selber rein zu horchen, mal auf seine Füße zu achten. Bekomme ich vielleicht eine Blase. Das kann ich vielleicht durch ändern, durch fester Spannen der Schnürsenkel vielleicht dagegen wirken oder vielleicht die Socken mal richtig wieder hochziehen. Und wenn ihr euch aber eine Blase lauft, macht bitte nicht den Fehler und bleibt zwischen den Verpflegungsposten stehen. Beißt euch durch bis zum Verpflegungsposten. Da gibt es dann auch Sanitäter, die euch da eventuell behilflich sein können, vielleicht eine Blase auch aufstechen können und einen kleinen Verband rummachen können. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zu viele Pausen unterwegs macht, und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich überhaupt keine Pausen mache auf meinen Märschen, weil wenn das einmal einreißt, so eine Pause, die vielleicht auch mit einem Motivationstief einhergeht, dann schwindet die Chance, dass man dann wirklich das Ziel erreicht. Also versucht bitte die 20 Kilometer Häppchen zwischen den Verpflegungspunkten immer durchzuziehen. Diese Pausen, diese kleinen Pausen zwischendrin, die halte ich einfach für Gift und nicht wirklich sinnvoll. Am Verpflegungspunkt selber kann man sich dann wunderbar mit eben vom Veranstalter bereitgestellten Obst, Salzstangen, Energieregeln und Wasser versorgen. An manchen Stellen gibt es auch an ausgewählten Posten gibt es auch warmes Essen, das man dann von einem externen Anbieter dann käuflich erwerben kann. Und macht da auch bitte nicht den Fehler, euch den Bauch zu voll zu schlagen, weil wenn man dann einmal sitzt, vielleicht am dritten Posten nach 60 Kilometern und ist dann eh schon ziemlich ausgepowert, schlägt sich da den Bauch voll mit vielleicht nicht ganz optimaler Nahrung, die vielleicht ein bisschen fettig ist. Leute, ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr hochkommen und werdet da sitzen und einfach den Marsch dann abbrechen. Also bitte die Pausen möglichst sparsam gestalten. Ich würde da empfehlen, maximal 20 Minuten und dann sofort auf und weiter. Alles andere kann wirklich nach hinten losgehen, sodass ihr das Ziel leider nicht erreicht und das wäre wirklich schade. Darüber hinaus werdet ihr auf dem Marsch wahrscheinlich mehrfach mit dem eben angesprochenen Motivationstief zu kämpfen haben. Ich begegne einem solchen Tief immer mit meinem eisernen Willen, das Ziel zu erreichen. Aber auch etwas Musik kann helfen. Rammstein halte ich dabei für äußerst empfehlenswert. Der fast schon militärisch anmutende Rhythmus ihrer Musik kann sehr belebend wirken und hat mich schon oft einen Energieschub gegeben. Ja, und wenn ihr euch dann durchgekämpft habt, den Arsch zusammengekniffen habt und die Zähne auch zusammengebissen habt, dann von mir an dieser Stelle auch schon mal Daumen hoch für diese fantastische Leistung. Ja, dann werdet ihr auch schon im Ziel in Empfang genommen. Ihr bekommt eine Urkunde überreicht, ihr bekommt eine Medaille umgehangen. Das sind diese Holzmedaillen vom Mammutmarsch. Die riechen auch richtig so ein bisschen verbrannt, weil die da mit einem Lötkolben dieses Muster reinbrennen. Finde ich eine sehr schöne Sache, dass man da nicht irgendwelche super Preise, sondern wirklich was naturverbundenes auch ausgehändigt bekommt. Und ich glaube, dann gibt es dann im Anschluss noch eine Party, glaube ich. Ja, die habe ich aber damals gar nicht miterlebt. Ich war schon um 8 Uhr im Ziel, da waren die ja noch am Aufbauen. Und ja, dann kann man diesen ganzen Marsch nochmal Revue passieren lassen, sich vielleicht mit Leuten unterhalten, die auch mitgelaufen sind und es geschafft haben. Vielleicht andere Läufe auf den letzten Metern nochmal anfeuern. Das gibt nochmal richtig Schwung für die Leute. Und genau, dann ist der Marsch erledigt. Und dann schauen wir uns jetzt zum Schluss noch an, was man denn so nach dem Marsch macht. Ihr habt also die 100 Kilometer tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine stramme Leistung. Habt ihr weniger als 24 Stunden gebraucht, kann eure Brust ruhig noch etwas mehr anschwellen. Habt ihr aber etwas mehr gebraucht, ist das auch überhaupt kein Problem. Es gab Leute, die sind sogar erst nach 26 Stunden im Ziel angekommen und auch die haben selbstverständlich ihre Medaille und die Urkunde bekommen. Also da ist man alles andere als kleinlich. Das finde ich sehr gut. Ja, jetzt werdet ihr sehr schnell merken, dass die Luft dann auch raus ist und ihr wirklich Ruhe braucht. Vielleicht werdet ihr noch da etwas bei der Abschlussfeier teilnehmen, vielleicht mit den Leuten noch ein Getränk zu euch nehmen oder sowas. Aber jetzt werdet ihr dann halt merken, dass ihr euch doch extrem verausgabt habt. Und jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr die Kraftreserven wieder auffüllt mit entsprechend einem vernünftigen Essen, Flüssigkeitsaufnahme, vielleicht auch nochmal Mineralstoffe von außen extra zuzuführen. Das ist sehr wichtig. Auch Dehnübungen sind sehr wichtig. Ich habe immer Probleme mit Wadenkrämpfen, habe ich ziemlich stark zu tun. Da macht es natürlich Sinn, wenn man dann die Zehenspitze anzieht und das Bein hochzieht. Da merkt ihr richtig, wie es hier hinten zieht, dass der Muskel auch da wirklich ganze Arbeit geleistet hat. Das ist wichtig, Dehnübungen. Ja, und wenn ihr dann nach Hause kommt, solltet ihr vielleicht auch versuchen, euch ein bisschen hinzulegen, zu schlafen, wenn es noch nicht allzu spät ist. Bei mir war es so, ich war schon um 10 Uhr früh wieder zu Hause gewesen, habe dann etwas gegessen, mich ein bisschen ausgeruht noch, wollte mich dann so zwei Stündchen hinlegen, so eine Art Mittagsschlaf machen. Aber ich war noch so aufgedreht von dem Marsch und dieser Anstrengung, dass ich überhaupt nicht in den Schlaf gefunden habe. Also ich habe mich nur hin und her gewälzt, bin dann irgendwann aufgestanden. Und ja, irgendwann trat auch so ein Zustand der Übermüdung bei mir auf. Das ist gar kein schönes Gefühl. Ich fühle mich dann immer wie so, ja, wie weggetreten. Da kommt es auch vor, wenn jemand zu mir spricht, dass das klingt, als steht er in einem anderen Raum. Also ein ganz blöder Zustand, von dem ich halt auch so ein bisschen Respekt habe, weil es sehr unangenehm ist. War jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Gegen Abend kam ich dann doch wieder ein bisschen mehr zur Ruhe und konnte dann um 22 Uhr ganz normal ins Bett gehen und habe auch halbwegs durchgeschlafen dann. Ja, aber auch da muss halt jeder selber wissen, wie er auf diesen Schlafmangel und Schlafentzug reagiert. Es ist aber auf jeden Fall so, dass man da auf jeden Fall nicht sich so viel Sorgen machen braucht und auch keine Angst haben muss vor irgendwelchen schlimmen Dingen, die einem da passieren könnten. Es gibt überall auf der Strecke gibt es, wie gesagt, Leute, die einen auch unterstützen können, gut zureden können. Die Sanitäter sind da und die werden euch im Falle, wenn es nötig ist, auch schon frühzeitig aus dem Verkehr ziehen, wenn ihr vielleicht selber nicht mehr merkt, dass ihr aufhören solltet. Also macht euch keine Sorgen. Es ist ein tolles Lauf-Event. Ihr seid da in besten Händen. Und so darf ich mich dann jetzt auch von euch verabschieden. Ich denke, ich habe einige Einblicke gegeben. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, ab in die Kommentare damit. Ich werde natürlich darauf antworten. Und an meine Kölner Zuschauer, die haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich mich hier am Militärring lang bewege. Habe heute dann auch für dieses Video sieben Kilometer zu Fuß zurückgelegt, um immer wieder verschiedene Locations aufzusuchen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in Berlin am 25. oder 26. Mai, ich bin gerade nicht sicher, ich blende es mal ein, zum Mammutmarsch 2019.